Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch. Neue Handelsabkommen zwischen EU und Asien – Chancen und Risiken. In den letzten Jahren haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union, EU und asiatischen Ländern zunehmend verstärkt. Dies geschieht vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Umwälzungen und der Notwendigkeit, neue Märkte für europäische Waren und Dienstleistungen zu erschließen. Analysten weisen darauf hin, dass die Handelsabkommen in dieser Region sowohl bedeutende Chancen als auch erhebliche Risiken mit sich bringen. Experten betonen, dass die Handelsabkommen möglicherweise das Wirtschaftswachstum der EU ankurbeln könnten. Es wird argumentiert, dass eine engere Zusammenarbeit mit asiatischen Ländern wie Japan, Südkorea und den Mitgliedstaaten ASEAN neue Märkte für europäische Unternehmen erschließen könnte. Diese Entwicklung könne insbesondere für die Exportwirtschaft der EU von großer Bedeutung sein, da asiatische Märkte eine wachsende Mittelschicht aufweisen, die an hochwertigen europäischen Produkten interessiert ist. Der europäische Handel mit Asien könnte auch zur Abmilderung von Lieferkettenproblemen beitragen, die während der Covid-19-Pandemie offensichtlich wurden. Handelsanalysten verweisen auf die Möglichkeit, diversifizierte Bezugsquellen für Rohstoffe und Fertigwaren zu schaffen. Diese Strategie könnte es der EU ermöglichen, weniger von einzelnen Nationen abhängig zu sein und dadurch ihre wirtschaftliche Stabilität zu erhöhen. Auf der anderen Seite warnen einige Ökonomen vor den Risiken, die solche Handelsabkommen mit sich bringen. Sie argumentieren, dass eine zu starke wirtschaftliche Abhängigkeit von asiatischen Märkten Probleme mit sich bringen könnte, insbesondere in politischen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten. Zudem wird befürchtet, dass die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen unter Druck geraten könnte, wenn diese mit preissensiblen Anbietern aus Asien konkurrieren müssen. In diesem Zusammenhang äußern sich Kritiker besorgt über mögliche soziale und wirtschaftliche Ungleichgewichte innerhalb der EU. Zudem ist die Verhandlungsführung bei diesen Abkommen von erheblicher Bedeutung. Es wird gewarnt, dass mangelnde Transparenz und komplexe bürokratische Verfahren in den Verhandlungen zu Missverständnissen und Vertrauensverlust führen könnten. Regelmäßige Überprüfungen der Handelsabkommen und deren Auswirkungen auf alle beteiligten Parteien sollten deswegen als notwendig erachtet werden. Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch. Abschließend lässt sich festhalten, dass die zukünftigen Handelsabkommen zwischen der EU und Asien sowohl immense Potenziale als auch herausfordernde Risiken bergen. Es wird entscheidend sein, eine Balance zwischen diesen Aspekten zu finden, um eine nachhaltige und gerechte wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Autorin Anita Farke, Freitag, 11. Oktober 2024